So, Aufnahme läuft hier. Aufnahme läuft da. Und Aufnahme läuft auch. Nein, scheiße. Oh, jetzt muss ich mir schon mal das Ding öffnen. Das ist natürlich blöd. Dann kann ich noch aufnehmen. Wo? So. Klappen ist auf mir vielleicht ein bisschen. Warte mal. Boah, ich hab gerade Bier gefunden. Ja, man hört sehr krass. Das wird aber kompliziert, nicht irgendwann mal so was machen. Mist! Hätten wir vielleicht auch so gehört, wenn wir jetzt Fisch gehabt hätten. Müssen wir aufpassen. Ja. So. Okay. Okay. Okay, warte mal. Aufnahme beginnt jetzt. Du hast hier Konzentrationspunkt gesucht. Ich find's auch gut, dass es so klatscht. Jetzt. Ja? Ja, vielleicht halt jetzt. Jetzt. Okay, du machst. Jetzt. Nochmal neu. Synchronisationspunkt Nummer 2. Jetzt. Scheiß'n Schofkel. Synchronisationspunkt Nummer 3. Jetzt. Jetzt. So. Dann spiele ich mal alleine. Boom. Baby. Weil du gegen mich keine Chance hättest, dass du auch spielst alleine. Ja. Ich muss irgendwie noch trainieren. Duell-Modus. Du? Du? Du. 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 Jetzt muss ich erstmal zu Terrelle gehen. So. Musst mal schauen wie es geht. Jetzt haben wir erstmal gegner tollen. Ja. Ok. Das weiß ich nicht. Nein! Das war eine normale Variante, ja. Oh, sie ist ein bisschen lang so gewesen. Wir hätten sofort wieder... ...begemacht. Ich bin noch nicht so gut. Ha, der nebengeschossen. Warte? Nein, nein, nein. Achso. Und die Viñata? Nein! Weißt du, ich erzähle jetzt einfach dir am besten irgendwas, damit du noch den Ton testen kannst. Weil du bist ja gerade ziemlich beschäftigt. Ich bin, glaube ich, konzentriert. Darum erzähle ich vielleicht mal die Geschichte mit Dennis, die ich uns kennengelernt habe. Oh, wie süß. Und zwar bin ich da in Berlin auf den Strich reingelaufen und Dennis stand da so einsam an der Seite. Und da musste ich ihn halt einfach retten, ja. Von diesem... Ja. 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 Ja, dann hast du anscheinend... Ja. Boah. Und Salvatore hat mal eben... ...meine Superhelden geklont. ...meine Superhelden geklont. Ja. Der hat dieselben Bänder an den Beinen, der hat dieselbe Hose, der hat fast dasselbe Oberteil, der hat dieselben Haare. Ja. Ach, Mann! Du bist einfach schlecht, Dennis. Ja, ich weiß, das ist schlecht. Während ich die selben Haare, das sieht trotzdem genauso aus wie meine... Du kannst ja mal gucken in der Kamera, ob man alle sieht. Oder ob man mich sieht, genau. Aber die sieht man. Jetzt muss ich ja aufstehen. Ich guck... Ich guck... Ich guck... Immer diese... ...dieser... ...viel... ...äh... 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 Ja, man sieht dich. Du bist genau, sozusagen... ...Kopfrand. Boah, Dennis, der macht dich voll fertig. Ich bin nicht gut in diesem Spiel. Da wirst du die Schoko-Drops... ...die kannst du verlieren, wenn du die Schoko-Drops bist. Toll. So, und jetzt für alle, die jetzt hier zuhören... ...der User auf YouTube heißt Vitower... ...und das Passwort lautet... Was würdest du vielleicht aufs Outtake anstellen? Verloren! Das war's! Wenn das Video Passwort holt, bist du dann vielleicht nicht... ...und du wechseln... ...und du wechseln.